Christina und Luca Henni sind seit diesem Jahr endlich Eltern. Das Leben mit ihrer Tochter verlangt insbesondere der Tänzerin einiges ab. Thun, im Juni brachte, Let's Dance, Star Christina Henni, 34, ihr erstes gemeinsames Kind mit Luca Henni, 30, zur Welt. Das kleine Mädchen ist der ganze Stolz seiner Eltern. Doch wie alle Mütter und Väter wissen, ist das Leben mit einem Neugeborenen alles andere als entspannt. Christina sprach jetzt offen über die neuen Herausforderungen und weshalb sie manchmal einfach nicht mehr weiter weiß. Ohne ihren Partner kommt, Let's Dance, Profi Christina Henni an ihre Grenzen. Auf ihrem offiziellen Instagram-Profil veröffentlichte Christina Henni einige Storys, in denen sie aus ihrem Alltag mit Baby berichtet. Dabei fand die Let's Dance, Profi-Tänzerin erstaunlich offene Worte. Es ist schwer. Ich werde nicht lügen. Ich bin einfach müde und ich mag nicht müde sein. Und ich krieg es nicht hin. Ich kann nicht abschalten, berichtete sie ehrlich. Wenn ich alleine mit ihr bin, und das bin ich jetzt vier Tage, dann bin ich müde. Dann steigert sich die Müdigkeit, erzählte Christina niedergeschlagen. Dennoch ist dem TV-Star bewusst, dass die Erschöpfung zum Alltag einer jungen Mutter dazu gehöre. Aber ist nicht schlimm. Alles für die Kids, resümierte sie in ihrer Story. In ihrer Mutterrolle hat, Let's Dance, star Christina Henni keine Sekundepause, obwohl Christina seit Wochen durchgehend müde ist. Versucht sie trotzdem regelmäßige Aktivitäten mit ihrer Kleinen zu planen. Ein Ausflug zum Babyschwimmen artete vor kurzem in riesigen Stress aus. Sie fühlt sich alleingelassen und schreit mich nur noch zusammen, berichtete die 34-Jährige über die Autofahrt mit ihrer Tochter. Sie ist natürlich auch noch nach hinten gedreht. Das heißt, sie sieht nur den Autositz. Sie hat mich, gestern, zehn Minuten, so lange dauert ungefähr der Weg, wirklich zusammengeschrien. Bereits kurz nach der Geburt hatte die 34-Jährige in einem Instagram-Beitrag mitgeteilt, dass sie in ihrer Mutterrolle, an meine Grenzen, komme. Die Liebe zu ihrer Tochter gebe ihr allerdings in schwierigen Zeiten Energie. Auch während der Schwangerschaft erlebte, Let's Dance, Profi Christina Henni einige Tiefpunkte, es musste sogar der Notarzt kommen. Vielen Dank. Vielen Dank.